Es ist wieder geschehen. Wieder unter den Laumen. Wieder bei Vollmond. Wieder um etwa 21 Uhr. Wieder eine Tote ohne Schuhe. Freut mich. Ketzer mein Name. Hans Ketzer. Kommissar. Zwischen dem vergangenen und diesem Mordfall lagen wir angenommen zwei Mondphasen und es gab bisher immer zwei Hinweise. Stierkopf und Seite, Pfeilchen und Nadel, Eisglock und Strohhalm. Diesmal ist es nur einer. Ein Koffer. Ganz schöner Anblick, oder? Das Opfer wurde von hinten umklammert, dann kam die Klinge zum Einsatz. Naja, eigentlich wurde sie umarmt. Denn es fehlen bis auf den Schnitt jegliche Spuren von Gewaltanwendung, was auf ein Nahverhältnis zum Täter hindeutet. Präzise und tief war sein Schnitt. Kein Blut. Kein Würden. Nur das warme, über seine Finger gleitende Blut. Kann ich dir vertrauen, Hans? Ob du mir vertrauen kannst? Die Wahrheit erfüllt sich nicht durch unsere Worte, sondern nur durch unser Handeln. Zwei auf einmal sind zu viel. Und wir werden den Mörder fassen. Mit Sicherheit.